Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League, dem Kevin und dem Tomlick. Was? Der Tomlick hat wieder seinen X-Knopf verpacht oder zu oft gedrückt. Ich war gerade so konzentriert. Und sind drahiert. Nein. Doch. Och. Und wieder Vorlage, Julian. Naja, beim Tomlick bringt das nichts. Was? Nein, beim Tomlick. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Ist das für Game of Thrones gebuckt oder was? Hodor! Au. Der Scheißdreck da. Game of Thrones. Auf! Boah, mir wird's ein Grill bei uns im Geschäft. Wow. Ein Grill? Mhm. Freitag erstmal. Gegrillt. Ja. Freitag haben wir gegrillt. Cool. Uh. Was gab's? Fisch. Sovige Freitag. Ja. Das ist nicht ab Karfreitag gewesen. Das ist ein bisschen. Es gibt Leute, die essen jeden Freitag Fisch. Mhm. Ja. Ja. Das ist ganz schön spaßig. Das funktioniert nicht gerade. Oh oh. Ich hätte einen Cut. Ja, Entschuldigung. Ich konnte nichts dazu. Statt die 90, dann melde ich. Bitte. Oh. Fick dich. Warum ihr mir Posted macht. Oh ja. Oh oh. Oh. Hey Killer. Huch. Oh. Ich hab noch alles drin. Ich hab nix verlaufen. Mhm. Au. 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 Ach komm Ja Dorky Go fuck yourself Der Hellkiller geht mir auf die Eier Der Hellkiller Nein ich hab meine Nimmst du fährst zum Boost Schub ich den erst mal weg Oh Hatte ich mir nicht funktioniert Mit dem Fall rückzieher Das ist was blöd als mein Toch Das waren beides keine helle Momente Ich bin an Sif Ich war ja bloß rumgeschuckt Ich bin an Sif Sif Und jetzt die Rache der Sif Wo jetzt beginnt oder Ja Ich versteh dem sein Sprach net Ey der hat angeischt Der hat das bestimmt geklaut von mir Ja Ja Das setze ich euch mal in Trend Auf geht's wir haben noch 30 Sekunden Oh Allerzeug der Welt Oh 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 Gott sei Dank Die Rache der Sif Die Rache der Sif Star Wars die Rache der Sif Und wir wissen alle wer die Person ist Und wir wissen alle wer die Person ist Ja Everybody knows Au Wetter Ach Gut Ui Mama Tja das war wohl nix war Nui Knapp Knapp Uuuuuh Hmm Schon erwähnt dass die Challenge war etwas erwähnt dass es knapp war so was für eine challenge wir müssen ich verhelfe über 200 punkte zu kommen das ist unmöglich du wirst vorher Schalke Meister ha ha verarscht tschau 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 ach nö tschau 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 ja 20 jawohl ein Zehntel Werkschaft tschau tschau oh m m m ja ach warum war da niemand hin ach war da niemand hin hm warum war da niemand hin hm hm tschau 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 nein ich trete bloß noch Donuts da ha ha au hm 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 wof geht's Tor ist frei und hinten noch gestorben jawohl und wieder ordentlich kriegt ach man leck doch mal schätz mit dem mann im Gesicht weg jetzt mein Scheiß uja 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 Alter uja oh genau so habe ich mir das vorgestellt oh ja, der war ganz fest weg! ohne ich war schon im flug man, wie soll ich denn du noch abbrechen? ist doch mir egal NEIN! ahhh es ist es 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 kum alter Haar. Ach, so Arsch. Ach. fahrharschauf ach geh doch weg geh doch du weg ey ich war doch vorher im Ball ich häng nur ein bisschen am Pfosten Mann und ich gehe auch mal ein bisserl auf die kekse so ein bisschen gott sei dank gibt es verlängerung 180 hau raus schlüsse dank ja 200 ich habe gesagt über 200 aber das ist schon mal gut auf schilder mich ich fühle mich missbraucht das ist okay für mich du hast schon immer nur mittel zum zweck du bist adoptiert schilder 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 bleibt hat für 200 schilder 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 und wo du mich auch schrauber hast schilder 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 das spiel dauert ich habe keinen boost, verdammt keine Abwehrschlacht Warte, das spiel eins oder zwei? Zwei Ja Zwei Niederlogin Ja Vielen Dank fürs Zusehen Tschüss Tschüss